Der nächste Video kommt reichen. Hallo, rakebaa! Dingsauer bin ich jetzt! Jetzt ist sie mich doch in Ruhe. Das ist der Gegenverkehr. Gegenverkehr. Hier ist auch Gegenverkehr. Keine Bewegung bei den Möwen. Hier, hallo! Bewegung! Autobahnabfahrt, das bin ich! Das bin ich! Das bin ich! Okay, das bist du! Das bist du! Geh mal, geh mal! Verdammt doch mal! Das ist alles nicht wahr sein! Das ist alles nicht in Ordnung! Hallo? Stellen Sie sich mal vor, ich wär zu Ihnen bei Hause, bei Ihnen zu Hause, jetzt hab ich's, am Küchentisch. Da würden Sie die Eier hochkambraten, da würden Sie Brötchen auftanen, da würden Sie die Bananen auf den Boden schmeißen und extra drauftreten. Da würde der Hund in der Pfanne verrückt! Und der Hund in der Pfanne verrückt! Ich bin verrückt! Hallo! Allora! Okay, Sepp! Okay, Sepp! Okay, Sepp! Okay, Sepp! No! No, Marta! Moment mal, was Freunde! Was habt ihr denn? Was ist denn das? Ich werde verrückt! Jetzt kommt mal her! Schaut euch das an! Da kann man den Berti Vogts für zwei Euro kaufen. Das ist ja unglaublich! Du, Marta, no! Du, Sepp! 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 Bisschen auch dem! Ja, Freunde! Jetzt bleibt es ruhig! Ich bin der Kaiser, der Franz Beckenbauer! Hoppala! Hoppala! Wie der so redet und so! Der könnte echt so bei Supertalent echt in der Jury sitzen! Also genau wie Van der Van! Bauersucht Frau! Ja, Beckenbauer sucht Frau! Ist jetzt die neue Folge! Vortsetzung! Hinten! Hinten! Für die Debbie! Hier! Schlüsselanhänger! Richtig! Oder für die Kette! Car, wie clean sie! Hallo! Freunde, so können wir nicht arbeiten! Ja, so geht es! Wo bleibt ihr denn? Also wirklich! Ja, so ist richtig! Ja, genau! Richtig! Ja, richtig! Super Kinder! Luca Toni! Il Lassatore sprechen! Allora, che bello! Für die nächste Materie, in Konkabari! Allora, che bello!